Ich bin mein größtes Vorbild. Mein Sport macht mich stärker und lässt mich jeden Tag aufs Neue über mich hinaus wachsen. Ich bin motiviert, mein Bestes zu geben. Ich tue das alles für mich, nicht für die anderen, nicht für die Muskeln. Und nicht um erzählen zu können, ich mache Sport. Ich mache diesen Sport einzig und allein für mich. Und wenn ich danach den Spiegel in meine Augen sehe, dann sehe ich dieses krasse Leuchten. Dieses unverwechselbare Leuchten, das kein Mensch dieser Welt künstlich erzeugen kann. Auch kein Photoshop. Dieses Leuchten hat nur ein Mensch, der im Reinen mit sich ist und der sich und das Leben liebt. Sport ist mein Ventil und es ist so wichtig, alles rauszulassen, was mich aggressiv macht. Deshalb bin ich sonst die ganze Zeit so in Frieden mit mir, weil ich alles rauslasse und nichts mehr mit mir herumtrage. Ich gehe immer wieder über meine Kräfte hinaus. Immer wenn ich denke, ich kann nicht mehr, beweise ich mir, ich kann doch noch mehr. Beim Sport und dadurch automatisch auch in anderen Lebensbereichen. Ich bin grenzenlos. Ich bin stärker. Mein Körper ist der Spiegel meiner Seele und ich sorge gut für beide. Ich übe Selbstdisziplin und halte meine Ziele im Auge. Ich weiß, dass ich über meine Kräfte hinausgehen kann. Ich bin stolz auf meine Fortschritte und auf jeden Tropfen Schweiß, den ich jemals geschwitzt habe. Ich bin stolz auf den Menschen, der ich bin. Ich achte auf eine gesunde Ernährung, um meinen Körper richtig zu versorgen. Ich gehe Herausforderungen mit Zuversicht an. Ich suche mir meine Probleme im Leben selbst. Ich bin ein Problemlöser. Ich habe das Mindset eines wahren Champions. Ich glaube an mich selbst und vertraue auf meine Fähigkeiten. Durch meinen Sport finde ich innere Ruhe. Ich spüre die Energie und die Kraft, die durch meinen Körper fließt. Ich folge meinem Trainingsplan konsequent und voller Disziplin. Ich bringe meinen Körper in Topform. Ich kann alles schaffen, was ich will. Mein Körper ist der einzige Ort, den ich zum Leben habe. Ich behandle ihn wie einen heiligen Tempel. Ich liebe Sport. Mir ist scheißegal, wie viele Menschen mich beobachten oder komisch ansehen. Ich bin voll bei mir und lasse die anderen einfach machen und sein. Wenn ich mal keine Lust habe, Sport zu machen, dann gehe ich trotzdem. Wenn ich mir vorgenommen habe, Sport zu machen, dann gehe ich. Egal, ob ich will oder nicht. Das ist echtes Selbstvertrauen. Ich gönne mir dennoch bewusste Pausen vom Sport für meine Gesundheit und ich höre auf meinen Körper. Ich esse gesund und am liebsten frisch. Ich dehne meinen Körper fast genauso oft, wie ich Sport mache. Yin und Yang. Ich gebe niemals auf und kämpfe für meine Ziele. Ich bin entschlossen, meine Ziele zu erreichen. Ich bin ein Macher. Ich versteife mich nicht auf das Ziel, sondern genieße und zelebriere den Weg dorthin. Ich träume und dann handle ich. Ich bin mir selbst treu. Ich fühle mich stark und unbesiegbar. Ich liebe auch meinen Schlaf. Der gehört genauso zum Training. Nachts schlafe ich tief und fest und baue Muskeln auf. Ich bin Sportler. Ich liebe mich. Ich bin dankbar. Ich gebe der Welt etwas zurück und teile mein Glück. Aber zuerst lasse ich jetzt hier nochmal so richtig die Sau raus. Ich bin mein größtes Vorbild. Das ist das krasseste, was ich erreichen kann. Ich bin nachher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017